Hallo? Sag mal Peter, warum sind eigentlich die Packungen von Froster Gourmet Mahlzeiten so? Damit man es besser sehen kann. Und warum eigentlich das Froster Reinheitsgebot? Das hab ich dir doch schon erklärt. Unsere Gerichte sind 100% frei von Aromen und Farben. Peter? Magst du nicht rüberkommen? Gut. Der Fisch ist so frisch, wie ich geil bin. Mehr Fisch! Peter und Grosch! Die Eier sind total frisch! Peter! Rostock ist für alle da!